So und jetzt müssen wir uns hier wieder raus prügeln. Oder lassen uns die Affen jetzt in Ruhe, weil wir ihre Königin gekillt haben. Das wär schön. Lebt ihr zwei noch? Ja, ist ruhig, ne? Ja, hört mir gar nix. Wir sind voll am... Bauen? ...meditieren hier. Am meditieren. Oh, mein Schwert hält auch... Oh, ist er. Meins auch nicht mehr lang? Ich hab alles mit. Ist ne Treppe. Ich bin auch erst mal kurz stehen geblieben. Ja, dann machen wir noch einen Schwenk hier nach... Wenn du auf der Karte nach links guckst, da ist ja auch noch ein Tempel. Oh, nach links? Warte mal. Warte mal. Da kann man richtig hinstellen. Macht auch. Hm? Richtung Sohns nach Hause. Genau, und dann machen wir nach Hause, weil Schwert muss repariert werden. Hm? Dann machen wir Firearm. Jo. Danke. Beziehungsweise ich repariere es nicht. Ich stelle mir dann Neues her. Ich habe ja mittlerweile neue Sachen gelernt. Äh. Ach, hier waren wir schon mal. Das kommt mir so bekannt vor und irgendwie so leer. Ja. Ich weiß nicht, wo du abgebogen bist. Da hier. Rechts links. Geradeaus. Wo bist du denn? Ah, da. Weg war sie. Ich bin geradeaus weitergelaufen. Wenn du irgendwo anders hingehst, kann ich nichts dafür. Na, endlich mal wieder ein Affe. So schlagen wir dich. Oh. Und noch ein Affe. Der kommt von oben irgendwo. Hä? Wo ist denn jetzt der Affe? Ach nee, Wallhatt. Ach nee, Wallhatt. Ach nee, Wallhatt. Aber ich höre die ganze Zeit ein. Ach nee, Wallhatt. Ich. Ich. Ich, ich, Wallhatt. Da oben ist was. Na. Oh? Oh. Ach. ist das was ich immer erwischen kaputt das ist schon wieder pixies und tschüss hat mal was anderes nicht mich ich bin bei 59 ich bin gleich nicht mehr level steine steine fasern holz weiter spielen holz steine schlug 200 und holz auch und die fasern auch kann man auch nehmen auszusehen mit eingesammelt aus versehen ja ich hab den stein kaputt gemacht und dann hat er die fasern mitgenommen aus versehen so eine frechheit richtung kammer hätte ich mal vermutet berghoch bergrunde berghoch sie hat keinen schadenkrieg so tief war das nicht und hier drinnen in dem welchen ach so da okay Tor des Mondes und wenn die reichen in in der fort das Mondtor Tor vor 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 ich befürchte halt wir müssen doch dann da irgendwo da ganz hoch das ist da drüben hä bist du eine die spricht d w bitte moment mal so schaut so aus nach einer höhle so vor bei vor 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 Du hast keine Möglichkeit. Du hast keine Möglichkeit. Du bist in diesen Landschaften verabschiedet. Es war unsere ultime Befassung gegen die Verabschiedung von deinem Kind. Geh nicht nach links. Ja, das kann man noch entscheiden, wenn man genau sagt. Also müssen wir da links über die Wurzel da hoch. Das andere links. Dann halt nicht. Ja, links. Da links. Das andere links. Das richtige links. Pass nochmal, Waller, du warst gerade ganz leise. Ich hab ja gedacht, ich hab Stein eingesammelt, aber hab ich Eisen eingesammelt. Brauchen wir auch. Schmaß ich wieder weg. Läuft unsere Stahlproduktion noch? Keine Antwort. Keine Ahnung, muss ich reingucken. Nein, hab ich auch. Da ist was. Ich glaub, hier könnten wir richtig sein. Da ist was. Holz bräuchten, oder? Vogel? Ne, da geh ich nicht hin. Kreuzung des Büsters. Ja. So, Stahl hast du fünf. Ne, äh, schon was, ähm. Na, sehr schnell. Äh, na, na. Na. Schmiede. Ja. In der Schmiede. Da haben wir Stahlwaren. 66. Na, gucken, dass die Stahlproduktion läuft. Ja, bevor wir gar losgangen, hab ich noch Eisen nachgeschmissen. Mhm. Oh, hast du Eisen abgeschnitten? Ja, da ist die Stahlproduktion. Das Stahlfeuer muss laufen, weil das war grad Mangelware, als wir los sind. Ja, bin ja schon dabei, ist ja schon. Oh, sag's ja noch. Hallo. Ich? Ich geh grad den Baum hoch. Wisch? Warte. Weil hier ist ne Brücke. Oder Baumwurzelbrücke. Ich würde einen anderen Weg finden. Ich geh beim Baum. Ich bin drüben. Und du? Ich bin weg hoch. Jaaaaah. Na? Was muss ich schon? Ja, hallo? Mh. Was brauchen wir denn noch, was macht denn noch Sinn? Belastung? Mh. Mir auch nicht schlecht. Ich hab keine Ahnung, wie hoch du klettert bist. Na, halt zu hoch, wie die Wurzel ist. Halt dich fest! Nicht nur was zum Essen jetzt mit. Mhm. Ich bin in der Herdkrankung und ich hab nichts mehr zu wissen. Das ist ein blöder Weg. Mhm. Mh. 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 Überleben machen wir mal noch. Und... Kriegen wir noch irgendwo was rein? Was? Windows, willst du mich verarschen? Wichtige Updates stehen aus. Aha. Du kannst mich mal. Ja. Sei froh, dass du nicht auf... Oder hast du auf Automatik. Ne. Aber der, der... Wenn das jetzt auf Automatik hättest, dann wären die jetzt ausgängig. Ja. Der wollte mich grad informieren. Machen sie das jetzt mal? Ja? Ja? Nein. Ja. Viel höher musst du gar nicht mehr, Foxy. Ja, ich hab's ja jetzt gerade festgestellt. Ich mein, du kannst wahrscheinlich auch über den Baum rüber und rüber fliegen oder so. Geschafft. Jut. Wir sind da. Oh. Genau, das hab ich gemacht. Das hab ich jetzt schon zehnmal gehört. Oh, Baby Panther. Hm, das war's auch gerade. Hallo, Leopard. Ah, das ist ein Lager von der schwarzen Hand. Hm. War das Lager einfach. Hä? Cool. Hm. Dargons Treppe. Warte, wir können das Senzen mitnehmen. Jo. Gischty, 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 Gischty. An diesen Treppen muss man immer erstmal gucken, ob da wirklich eine Treppe ist, wa? Hm. Muss ich jetzt... Muss ich echt mit dem Schwertscher aufpassen. Ein bisschen hab ich noch. das ist das ja ein schmied die städte 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 schon coole sachen die rippe was haben sie so ein skelett nach da auf dem tisch ist drei stück ein schild runter doch stufe 60 das war es ich kann nicht mehr level mit 60 ich bin 60 ja ich schon sehr ruhig zuck zuck ist man alt so schnell geht ja schnell wie die guckt hat ich möchte mich noch ein bisschen ausleben ist ja schon klein weißt du was das hieß silber silber ja mit dem kannst du auch bestimmte sachen machen ja klar wo kommt aber nicht viel raus silber waffen gegen werwölfe machen klappt daraus kannst doch dann waffen machen es aber viel besser noch besser man ist sicher jetzt doch mal gucken mitnehmen wir haben ja noch platz da ist ein träger das heißt er kann für uns sachen tragen statt von tieren ist sind wir eingekommen ich hab ihm oft im spiel da habe ich einen träger ja aber den musst du ja dann wieder die ganze zeit hinter dir her ziehen das ist ja das blöde und du kannst bis jetzt immer nur einen nehmen ja und dann wird er gleich gekillt und dann ist dein solch auch aber das faktische ist du kannst dem sein rucksack nehmen sozusagen ich glaube dann kannst du selbst auch mehr tragen ok ich glaube ich bin mir aber nicht sicher so wäre ja nicht schlecht die funktionieren so nicht jetzt habe ich schon was gefunden machen wir anfangs gedacht sie sind da jetzt falsch aha jetzt kommt er jetzt so das hast du jetzt davon so jetzt sind wir durch ne da ist noch irgendwo eine spazieren gegangen wo ist sie da im wasser ja da gehen wir schon ja was willst du denn da hinten deswegen stirbst du trotzdem so durch oder haben wir alles vergessen nö alles durch ab nach hause ab nach hause ab nach hause Sachen reparieren ausleeren in die Falle schmeissen und ich ertrink mich Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht Ich ertrink mich das das ich